ok das ist gut das gut na dann auf ein neues das läuft gerade so gut wie das gerade läuft ok raucherpause spaß zu verlieren richtig passt doch oder voll versage und spaß dabei naja kaffee weg ich habe gehört so kaffee soll so sehr beliebt sein unter uns schützer und warum sollte man ihn dann sperren wenn die da gefährlich ist schützer 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 schtzer Wir tun nur so als ob. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Die Drohne hat eine Bombe lokalisiert. 5 Sekunden bis Einsatz. Sie gelangt zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Entschärfer muss zurückgeholt. Nimm mal einer den... ...unter nicht. Entschärfer wurde zurückgeholt. Drohne gestartet. Keine markiert. Talonschild eingesetzt. Heckvorgang eingeleitet. Gerät konvertiert. Du hast den Entschärfer mal eingeladen. Nicht weit. Heckvorgang eingeleitet. Ressource erlangt. Big Brother ist am Zug. Heckvorgang. Gerät konvertiert. Gerät konvertiert. Klatsch eingesetzt. Kanal 8 eingesetzt. Starte Heckvorgang. Hecken abgeschlossen. Bringen wir den Fild weg. Klatsch eingesetzt. Bringen wir den Fild weg. Weisen wir den Fild weg. Bring den Fild weg. Entschärfer ist jetzt gesichert. Mann, ich kann nicht mehr weg. Neb ich es? Ja, abwäsche. Ich weiß. Von der rechten Seite. Ja! Der Säuber oder Dreiweil haben wir vorbeigerand. Ich habe nicht gesehen, dass ich da unten sitze. War Yoga. Hätte ich nicht mit gerechten. Eigentlich wollte ich eine Claymore hinstellen. Ich habe auch keine Lust. Sani hatten schon. Aber auch schön, wie ich mich an die Bombe hergerobbt habe, um mir zu legen. Weil ich mir dachte, wo mir die Zeit abläuft, jetzt was machen. Ich habe natürlich nicht mitgeschickt, als du geholt wurdest, dass ich noch dahinter sitze. Ich hatte nichts mehr auf der Waffe. Ich musste kurz einfach die Pistole wechseln, um die Vacuum zu holen. Das Dach und da hat es wahrscheinlich zu lange dauert. Eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Gut, die Veku hat es gecheckt, die anderen beiden aber nicht. Und dann ist er wieder weggegangen und hab mir von vorbei einfach. Bei den einen. Ja. Wir haben alle Käff zugeguckt. Immerhin. So. Wir hinken. Haben sie gerade vom Kacknob auf die Fritze gekriegt oder was? Na wie viel soll ich mir draufhören? Tausend, das ist schon gebildt. Ja. Klatsch eingesetzt. Heckvorgang eingeleitet. Die Ressource gehört uns. Klatsch Heckvorgang. Oh, Alter. Ach, weil da war eben einer, die habe ich mich ein bisschen angehätet. Oh, Alter. Ich tue mein Bestes. Mist. Den hatte ich nicht im Blick. Die Tür. Ja, habe ich den, den er angaben. Ja. 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 Wir müssen eine Bombe aufschmüren. Küche. Ich habe keinen. 10 Sekunden bis zum Einsatz. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Rück zur Bombe vor und entschärft sie. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Habe ich schon. Habe ich. Welcher scannt denn jetzt schon wieder? Ja. Klarschild eingesetzt. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Hier bei mir sind Steps auf jeden Fall. Das bin ich. Ach man da war in der anderen Ecke auch noch einer. Ja. Oh, Entschuldigung. Du Scheiße. Ja. Auf ping. Meistro. Wir entschärft uns nicht länger in deinem Besitz. Nur noch eine. Es bleiben noch 15 Sekunden. 10 Sekunden übrig. Steht bitte auf. Sekunden übrig. Eigener Trunk getötet. Ah. Ach. 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 Den Einarmigen. Den Bereich sichern. Die Bomben weiter schützen. Hör mal weg. Ich will die Wand kurz ein bisschen öffnen. Ja. Ja. Ich setze das Gerät ein. Nur noch 5 Sekunden. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Auf eindliche Aktionen zu bereiten. Ich müsste geklappt haben. Das Gerät ist in Position. Verlege Stacheldraht. Störsender bereit. Ja. 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 Du hast es gewartet. also in dem bei tatsächlich weiter ist weiß ist normalerweise mein job jede runde zu verrecken ich habe mein weg ist etwas verkündet der bombe in gefahr entsprechend planen also du hast die beiden die gegner haben eine bombe lokalisiert diesen Dachbaraum ist die U angeschlagen. Kann man nicht gefahrlos versuchen zu holen? Schhhh! Oh! Ach, Mann! 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 Oh, 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 Mann! Eliminiert. Missionserfolg für eigener Trupp. Die Bombenschütze. 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 Ich glaube Schlafzimmer. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Einsatz in 10 Sekunden. 5 Sekunden bis Einsatz. Jetzt hast du dann aufgedeckt. Ich lade jetzt nach. Drohne geht raus. Oh. FGS im Einsatz. FGS platziert. Eingesetzt. FGS Ratero unterwegs. Kein Signal von Ratero. Schicke FGS los. Der Oryx. Ratero geht rein. Das geht ja nicht hoch. Das geht ja not. Links von dir Nee, Chris im A-Raum Mann 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 ja eigener Druck getötet Vollprüft und so. Beim nächsten Mal, nur Zufall, beim übernächsten Mal, nur Zufall. Irgendwann sind die Zufälle vorbei.